Herzlich Willkommen zur internen The Culling Battle Special Runde mit Shigo Grants, Gunnar Sachse und To Do gegen Anne Fisk, Krabs, Janus und Liquid. Wir werden jetzt alle Items suchen, die man schmeißen kann. Also wir suchen einfach Items und werfen sie oder bringen sie in die Mitte. Und bei 15 Minuten, also in genau 10 Minuten, werden wir uns mit den Items, die zu dem Zeitpunkt in der Mitte sind, bewerfen, bis ein Team komplett tot ist. Ja, klügt doch noch gar nicht. Wir sind Team Roach. Stöcke und so gehen doch auch, oder? Schau mal was richtig ist, ne? Die ganze Stöcke auch immer mitnehmen, wenn es am Ende knapp wird seitlich. Aber erstmal lustige Sachen reingeschmeißen. Vor allem, es haben alle dieselben Perks. Genau, wir haben als Perks Angry Octopus. Ja, und für Verwirrung. Dann Golden Arm, damit das Werfen auch Schaden macht. Und Dig Deep einfach, damit es auch mal einen kleinen spannenden Effekt gibt, weil die meisten Sachen beim Werfen ja kein Bleeding machen. Ich hätte mehr looten sollen. Ich habe jetzt einen Spähen, damit er looten kann. Wow. Oh, einen guten Spähen, Javelin. Wir haben erstmal schnell noch Rucksack. Die haben auch ich auch gerade. Was braucht man für einen Rucksack? Dreimal Stock. Also Stock auf Stock, Bandage auf... Oh, Remote C4, kann man auch werfen. Moment Checker, kann man wunderbar werfen. Das kann man nicht. Doch, dass man auch werfen. Man kann alles werfen, ne? Also, eigentlich. Auch Potions und so ein Scheiß. Ja. Schnell! Sagst du, hat hier was beschränkt? Ja. Da war ich so ein Krach, Junge. Doch, doch, doch. Wollen wir uns hier wissen, dass ich da... Warum spawn ich eigentlich nie in der Nähe vom Fuß? Hattet ihr rot oder blau? Wir sind rot. Wir sind rot. Okay, ihr habt einen mehr. Ich habe auch rot. Ich habe es eben noch gesagt, aber irgendetwas kann er beschwert. Ja, dann geht... Muss trotzdem runter, weil sonst sind wir zwei mehr sonst. Nee, nee, das... Nur, dass ihr Bescheid wisst. Wollt ihr nur Bescheid sagen. Alles klar. Ab. Komplett rote kurze Rosen werdet ihr da sehen. Viel Spaß. Jajajaja, eiskalt am Schummeln hier, sich einschleichen bei den Gegnern. Machst du da die Brücke kaputt? Ich. Und warum? Ich hab doch so. Weil ich ein Alarm rollst. Hey. Ich hatte auch ein Alarm gehabt. Ich hatte auch noch einen Schuss. Wo ist denn die Mitte? Da ist die Mitte. Wo geht eigentlich der Schlauch dahin, der da hinten aus der Alarmwind geht? Den sehe ich gar nicht. Was hast du denn für ein FUV? Wie? Ähm, 90 oder 100? Wenn man zielt, sieht man ja auch nicht. Nur wenn du den halt so aus der Hüfte so gesehen. Da liegt schon. Da kommen alle und werfen jetzt stuff in die Mitte. Ja. Hey, der eine hat gar nichts an. Da weiß man nicht zu welchem Team der gehört. Ja. Hallo, ich hab rote Haare. Brauchst du schon in den Hütten oben drum? Da hat irgendjemand einen Alarmgang, würde ich mal so sagen. Auf sich. Ja, du nicht. Da muss ich mich um einen Credits heilen, ey. Hey, nicht fokzen! Ja, ich muss schon mal. Was soll das? Von wem? Keine Ahnung, von... Keine Ahnung, von Ernst und Blauen. Von Manos, ey. Manos, ja, wer sonst. Lass uns Moms noch ein paar vorher töten. Ja. Einfach kurz bevor sowas geht, schießt mir den ab. Oh, Vorsicht! Sechs Minuten, aber es liegt schon gut was in der Mitte. Bevor er hier sonst nicht erkrankt. Oh nein! Wenn du so ein paar Steine schmeißen. Schmeiß mir gleich mal ein Messer an. Hast du's gemacht, Schigo? Der Blick wird abgeballert. Nicht mehr ein Tracker. Ja, aber es macht ja keinen Schaden, oder? Soll ich ein richtiges Dynamit einschicken? Ich werde die Putty sprengen, ja? Oh, ein Tanto Knife. So ein Ass im Ärmel in der Ecke verstecken kann ja nicht schaden. Tanto Knife tut weh. nochmal vorbei. Tü-tü-tü-tü. Meine Gott, diese Alarm dann nicht. Bist du auch von einer getroffen, oder hörst du... Nein, 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 hier ist irgendjemand, der eine hat. Ich bin am Airport. Da so eine rote Pante. Kann nur alle sein. Ah, ne ist' die Drug Card. Stimmt, wir sind... Oh Gott, es muss wir... Wir sind rot, ne? Wir sind rot. Wir sind rot. den hab ich gerade auch schon lange bau sein oder bist du lila angezogen aber hier ist jemand das müsste das team blau aber wir sind da läuft einer das der sachse hier ist nix ich soll einfach messer craften aufsache die leute haben genug zu werfen das ist ja wichtig was gutes zum werfen haben los guck mir, ah das ist Rüstung, das ist Hungerlauf, an der Fall auch genug werfen ja werfen, alles soll gewonnen werden hier äh wie war das nochmal stock auf stein oder äh für die fallen achso ne äh stein auf stein hier die gelchrobs turn up ja 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 das ist ja die kürzene zu klopfen und steine zu bekommen dauert zu lang hat mannus mich schon zum 2 mal geboxte ich messerlebegelein hörste wie gut das hier aussieht ey da magst du dass der server abstürzt wer doch gerade wenn jetzt n Messer hat für den mannus nicht ich lege hier n dynamit hin hab mich versteckt hau mich lassen los Lass ihn jetzt, sagst du. So, ich crafte jetzt einfach Messer, ey. Ja, ja, ja. Mach er schon so leer. Ich fuhre grad Steine und crafte Messer. Eigentlich nicht die Idee. Ich will aber fangen. Wer gab's hier rum? Wer hat's gefutzt? Ah, weg. Ah, komm schon. Hab ich noch nie gemacht. Ey, ich hab keinen Bock hier Steine mit der Faust zu schlagen. Ihr müsst da irgendwo zwei liegen. Ich hab auch da schon einige aufgehoben. Shit, ich hab nicht mehr genug Funk, um mir die ganze Zeit zu schicken. In drei Minuten ist die große Party, ey. Die Wurfparty. Ne, noch ein paar Steine mit. Gehören zu jeder guten Wurfparty dazu. Ein paar Steine nehmen. Also Manus muss sich nochmal heilen gehen. Hat sich schon oft bewährt auch. Alter, du kannst mir doch die Sachen nicht in den Rücken werfen, Manus. Bist du bestanden? Ja, Manus macht das mit Absicht. Ja. Ich hab ihn halt eben einmal leicht von vorne beworfen. Manus manipuliert hier das Match. Wird auch mal ein Sieg, Leute. Wir brauchen jetzt mal eben ne Bandage. Ich komm jetzt nochmal mit drei Messern. Sehr gut. Der Blaue der da schon würde gestressen. Drei Wurfmesser am Start. Ich hab noch zwei Messer und ne Rüstung zu werfen. Ey, das sieht richtig gut aus. Manus vor allem steht nur in der Mitte. Hat er überhaupt schon hier was hergetragen? Wahrscheinlich nicht. Äh, ich find das sieht echt geil aus hier. Oh ja. Ich hab noch ein Messer geflogen. Vorsicht, Leute. Alle auf Seite. Tschüss. Oh nice. Wir haben ja noch stehen. Äh, eine Minute dreißig. Ich hab keine Credits mehr. Also, stand nicht. Na gut, wenn ich hier noch schnell zwei Steine finde, dann hab ich insgesamt insgesamt noch vier Messer. Das sieht gut aus. Oh ja. Ein paar Stücke oder so. Ist hier nicht alles nicht? Oh, viel Messer bringt jetzt nochmal nicht. Die greifen sich gegenseitig an Team Glau. Kann mir einer ein paar Funks leiden? Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Ich kann das Stöcker mitbringen. Bring mit. Die Gegner haben einmal diese doofen Sticks ausgeworfen, dann mach ich das jetzt auch. Oh Gott. Aber damit schaltet man doch ihr seinem eigenen Team auf. Stimmt. Oha. Das ist mehr damit. Das ist ja nur für den einen eigentlich. Stimmt eigentlich. Hä? Wer schießt denn da? Macht er nicht. Hör auf den Bogen einfach in die Mitte. Ja, sobald keine Falte mehr. Also da sind... Boah, wie weit kommt denn da? Hör auf den Bogen in die Mitte. So. Ihr seid so doof. Das ist doch Sachse. Ach so. Ach so. Erstmal so landen. Ohne was im Inventar, oder? Du kannst du es nicht haben. Kann aber mich nicht hierhme ich jetzt. Ich habe irgendwo eine Bandage in die Mitte geschlossen. Hier liegen noch Stöcker, macht ihr doch an von den Bogen aus. Hab ich schon. Bäm. Bäm. So. Ich bin gespannt. Welcher ist denn Liquid? Der, der bei den blauen steht, ist Liquid. Ah ja, okay. Es geht los! Leute! Wie es geht los? Aus dem Weg noch! Oh! Alter, ich hab richtig gute Treffer abbekommen. BAM! Ich krieg nicht! Ich treff nicht, Mann! Hey! Wir haben einen erwischt! Ja! Ich hab einen erwischt! Jawoll! Oh, von der Seite! Oh, Liquid hat gut kassiert hier! Nein, nicht Scraft! Nein, nicht Scraft! Jetzt, Leute! Oh, da hab ich einen getroffen! Mann, Alter! Oh, da hab ich einen getroffen! Oh, da hab ich einen getroffen! Ich hab noch mein Ass im Ärmel! Oh mein Gott! Ey, wir retten in der Vollfluss! Vielleicht nicht! Nein! Nein! Sag sie, ich bin in der Team! Ja, ja! Ey, da geht eine Nahkampf hier! Der Manos kommt in! Weißt ihn ab! Holt euch noch was Gutes hier! Ist hier denn nichts, was Schaden macht? Ich glaube nicht! Was sind denn die Messer? Das Messer! Yes! Ich glaube, ich hab Daxe gerade getroffen! Oh, oh, shit! Oh, shit! Das ist Liquid, oder? Ich bin gleich down! Leute, seid ihr alle auf unserer Seite? Ja, ja! Okay, ich hab immer noch mein Special! Jetzt schon? Ich bin fast tot! Ich bin auch fast tot! Ich wusste mein Special mehr! Oh, da haben wir einen erwischt! Ja! Oh! 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 Oh, ich bin tot, Leute! Ich komme rein mit Team-Mate! Was? Wer? Ich bin straight von 2, du, ey! Du bist den Weg! Das ist ein Reis! Das ist ein Reis! Das ist ein Reis! Ich hab gerade so schnell aufgezogen! Manos! Alter! Nein! Mich hat glaube ich gerade einer gespielt! Ja! Dick! Dick! Flick mit noch! Der ist hier mit unseren roten Klamotten! Leute! Einer ist hier noch! Manos rennt noch! Lick-Vid ist da noch! Fisk ist da noch! Ihr müsst Lick-Vid da holen! Oh! Fisk hat einen erwischt! Wo ist jetzt hier noch was Blaues? Das Lick-Vid ist der mit den roten Klamotten! Der hat es noch fake! Fisk ist hinter euch! Fisk ist hinter euch! Der mit dem Sidecutter! Fisk hat sich mal fährt! Wart, ja! Okay, und jetzt noch Lick-Vid! Nö, nö! Er ist jetzt der Typ in der Mitte bei uns! Der ist auch in uns da herant! Ich bin jetzt aber in das Gift reingeranden! Der rennt da grad weg mit dem Boden. Der mit dem Boden. What in your face? Er hat mich mit viel Freude. Yeah! Steig nicht gegen ihn. Last man standing. Das ist das C4. Das ist C4. Oh, in den Rücken. Du hast drei Leute noch geholt. Ja, aber ein Team-Made. Oh, Tudor hat nicht mehr viel. Oh! Digo, Digo! Aua! Aber sag das nicht runter. Oh, der war voll schön. Der war voll schön. Digo, jetzt hieß doch was auf da! Nicht zielen. Ah! Hier ist nix! Hier ist nix! Oh, krass! Hau ihn in die Fresse! Nochmal! Gib mir das, gib mir das! Danke! Das ist doch ein Stamm! Egal, besser als gar nichts. Komm, jetzt! Ah! Du musst ihn einfach nur... Du musst ihn nur mit irgendwas treffen kurz. Nein! Oh, wie viel! Ich greffe! Das ist der Spirit! Jetzt! Oh mein Gott! Das war unser Special, Leute! Wenn's euch gefallen, lasst einen Like! Schaut euch das aus der anderen Gruppe auf jeden Fall auch noch an! Und bis zum nächsten Mal! Tschüss! Tschüss!